Ja, damit herzlich willkommen zurück hier bei Stationeer. Willkommen auf der Venus, ich bin Geyron. Ja, ich habe die Vermantelung oder Umhüllung der zukünftigen Solaranlagen hier auf Screen noch beendet. Jetzt müssen wir erstmal einen Code schreiben, dass wir auch hier wieder reinkommen. Aktuell ist das hier alles unzugänglich und ich habe die Wetterstation hier auf das Dach genommen. Hier passt sie doch wesentlich besser ran als hier unten an der Ecke. Da war sie doch ziemlich abgeschirmt. Genau. Wir müssen uns aber ranhalten an das Bauen, denn aktuell sind gerade mal hier 40 Solaranlagen am Werke. Alles andere ist vom Netz getrennt. Wir haben also akute Stromprobleme und müssen uns beeilen. Ich habe auch akute Stromprobleme, noch 4% Akku. Okay, okay. Gut. Wir wollen also als erstes mal einen kleinen Code schreiben, der uns die Tore öffnet und schließt. Schließt je nach Akkuzustand. Vielleicht können wir da auch mal auch noch einen Lautsprecher installieren, der uns warnt, bevor die Tore geschlossen werden. Nicht, dass wir da vor einem Sturm da oben eingeschlossen werden. Können wir eigentlich mal schauen, was wir für einen Lautsprecher brauchen, wo der zu finden ist. Ich habe die noch nie verwendet. Lautsprecher. Wir drucken uns einfach mal einen aus. Schauen wir mal, wie wir die verwenden können. So, wir brauchen das IC-Gehäuse. Das habe ich schon vorgedruckt. Wir müssen hier mal etwas Platz schaffen im Inventar. Der kann weg. So, dann der Chip müsste hier auch noch irgendwo rumliegen. In der Theorie zumindest da hinten liegt er. Gut. Dann nehmen wir den Chip, denke ich, auch hier ran. Das Gehäuse zuerst einmal platzieren. Und zwar so rumgedreht. Dann nennen wir das hier gleich oben. Ich habe den Werkzeugkürtel noch gar nicht geöffnet und verschoben. So, wir benennen erst einmal den Chippunkt. Das hier ist die Solar-Tore. Solar-Tor-Steuerung. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir das programmieren können. Ich denke, wir schauen uns erst einmal die Hangartore hier an. Schauen, was wir hier überhaupt einstellen können. Power können wir lesen. Open können wir lesen und schreiben. Mode. Das haben wir Mode Connect. Mode. Mode Operate und Log Check. Können wir umstellen. Was auch immer das bedeuten mag. Wir haben On, Setting, Log. Okay, 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 okay. Idle können wir nur lesen. Setting. Vermute ich mal, das Setting wird die Geschwindigkeit sein, mit der die Tore öffnen und schließen. Schauen wir mal, was wir da schreiben können. Wir editieren hier mal und stellen einen neuen Code. Start. Wie immer zuerst mal anfangen mit Start. Immer noch Start und Day Start. Hier noch den Doppelpunkt. Start. So. Als erstes brauchen wir mal die Vektor-Station. Ähm. Vektor-Station. Dann haben wir die Vektor-Station. Die ist hier unten. Wir kopieren hier schon mal den Hash. Den brauchen wir gleich. Das können wir hier auslesen. Beim Modus haben wir 0 für keinen Sturm, 1 für ankommender Sturm und 2 im Sturm. Das ist auch so ziemlich alles, was wir hier Nützliches herauslesen können. Wir könnten noch das nächste Wetter-Event als Info wiedergeben, irgendwo auf einer Anzeige. Gut. Ähm. Dann machen wir das also folgendermassen. Wir laden also zuerst einmal in ein Register den aktuellen Wektor-Zustand aus. Also den Modus. Wir sagen Load-Patch in das Register ähm. Wetter. Das benennen wir hier oben gleich noch. Das machen wir über den Start. Papa. Hier. Verschieben. Das ist ein Register. Ähm. Ähm. Alias. Register Wetter ist die R0. Wir laden also in das Register Wetter aus dem Wetterradar. Am besten nennen wir das auch gleich hier oben als Definition. Define. Jetzt brauchen wir zuerst den Namen. Wetterstation. Das ist die Nummer. So. Wir lesen also aus der Wetterstation. Gross geschrieben. Und jetzt. Da lesen wir den Mode aus. Und zwar. Ja. Nehmen wir das Minimum. Wir haben ja nur eins. Minimum. Dann schauen wir mal, wie das Wetter ist. Wir sagen Send Equal 0, wenn das Wetter gut ist. Send Equal Spiro. Aus dem Register Wetter. Dann schreiben wir. Hm. Wir schreiben eine 1 ins Register Wetter. Nein, nicht in das Register Wetter, sondern wir brauchen hier ein neues Register. Und das Register Open. Öffnungswert. Und auch das setzen wir hier oben zuerst mal fest. Alias Register Open. Hier setzen wir den Wert rein, ob die Tore geöffnet werden oder geschlossen werden. Und senden wir das gleich einmal an die Tore. Send Patch. An die Tore. Die brauchen wir jetzt noch die Nummer. Da brauchen wir jetzt jede Menge Nummern. Ähm. Hangar. Wir brauchen einmal die kleine Hangartür. So. Das definieren wir hier oben auch gleich. Bein. Hangartür. Klein. Dann dasselbe noch für die Hangartore mittel. Rück. Dann die mittlere Tore ist diese. Äh. Bein. Hangartore mittel. Und das noch für die grossen Tore. Wir haben hier alle drei Grössen verbaut. Edit. Bein. Hangartore. Gross. Aus. So. Wir senden also Badge. An die Hangartore Klein. Den Onward. Aus. Register Open. Send Badge. Die Hangartore mittel. Nicht den Onward. Den Open. Und ich vermute mal, dass die Eins geschlossen ist. Das ganze machen wir immer noch für die. Wir haben die kleinen, die mittleren, die gross werden noch. Hangartore gross. Open. Register. Open. Und dann gehen wir wieder zurück nach Start. Wir bestätigen das mal. Wir laden das mal auf den Chip. Dann schauen wir mal, was für einen Wert die Hangartore überhaupt haben beim Open-Bert, wenn sie geschlossen sind. So. Wir gehen mal raus und schauen uns das mal an. Ja. Die sind immer noch geschlossen. Hier war mehr rausgestürmt. Das ist richtig. Das HH-Sturm legt langsam zu. So. Wir brauchen hier mal die Konfigurationsdiskette. Na komm schon. Konfigurationsdiskette. Wir haben den Open-Bert hier auf Null. Der Open-Bert ist Null. Wenn sie geschlossen sind, ist der Open-Bert auf Null. Wir haben doch den. Okay. Die Rohre sind alle geöffnet. Aber die Portos der Reihe hat sich nicht bewegt. Die letzten vier, fünf Stück haben sich nicht bewegt. Dann vermute ich mal, dass hier irgendwo noch eine Verbindung, ein Verbindungsantrag ist. Das hier irgendwo eine Stromleitung nicht gebaut ist. Richtig. Da fehlt noch ein kleines Stück. So. Jetzt haben sie hier auf die geschlossen. Wunderbar. Wir brauchen noch mal das Tablet. Ich möchte mal schauen, was hier für ein Setting drauf ist. Das ist ein Setting von Null. Und auf 1 Stromverbrauch. Hier irgendwo Power 1. Okay. Wenn sie geöffnet sind, ist der Stromverbrauch von 1. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die vorhin Stromverbrauch recht hoch hatten. Der hier hat sich aber nicht bewegt. Das heißt, der hier ist auch noch nicht angeschlossen. Ja, hier fehlen die Kabel noch komplett. Auch die müssen wir noch kurz nachlegen. Habe ich mich vorbereiten geschlampt? So. Die haben sich hier alle geöffnet. Auch die haben sich alle geöffnet. Und warte. Wäre das noch gut, wenn es Tag ist, damit man hier sehen kann, wie sich hier das mit dem Schattenwurm verhält. So. Wir haben also jetzt schon mal ein Öffnungsmechanismus, der uns die Tore öffnet. Hm. Jetzt möchte ich das aber noch genauer einstellen und ich möchte den Alarm dann auch noch dazu nehmen. Aber ich denke, wir schauen noch mal an, was wir hier machen müssen, wenn jetzt Sturm in der Anmarsch ist. Ja, sobald hier ein Sturm angekündigt wird, wechselt das ja nicht. Ist es nicht mehr null. Und er wechselt auf schließen. Das heißt, die Tore schließen sich augenblicklich. Solange wir da noch nicht drin sind, spielt das keine Rolle. Das können wir also mal vorläufig so lassen, bis wir die Stromprobleme im Griff haben. Ich denke, das lassen wir mal so und kümmern uns um den nächsten Schritt. Das wären die Solaranlagen. Die müssen wir jetzt da reinklatschen. Dafür brauchen wir noch einige Solaranlagen und wir brauchen noch einige Kabel. Ähm. Ja, den Lautsprecher können wir auch noch kurz irgendwo aufbauen da oben. Der bringt uns zwar noch nicht, solange wir den Code noch nicht aktualisieren, dann schmeissen wir den mal schon in den Schrank hier hinten. Darum kümmern wir uns später. Wir brauchen Solaranlagen. Ähm. Waren das die hier? KIT-Solar-Paneele? Foh. Bisher könnte das durchaus vorkommen. Wir gehen hier mal auf 100 Stück. Ich gehe aber kurz nachholen. Oben. Wir erzählen das kurz durch, wieviel wir da platzieren können. Dass wir das mit der Produktion genauer einstellen können. So. Also, mit einem besseren Überblick nehmen wir hier mal die Nachtsicht. Wir können hier also eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Das heißt, wir hätten hier schon mal 60 Stück. Wir bekommen hier nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir bekommen nochmal sechs mal neun, neun mal sechs. Ach du meine Güte, 36 glaube ich. Keine Ahnung. Ich bin schon Mathe. 54 hat eine ganze Weile gedauert, bis es gerechnet hat. 54 plus die 60. Wir brauchen also 94 Solarkraftanlagen. Wenn wir die Produktion etwas nach unten schrauben, brauchen wir die Nachtsicht nicht mehr. Zuerst mal die Produktion anpassen. Wir gehen hier zurück auf 94 Stück. Wir brauchen also fast 100 Mal den Stahl. Wir brauchen hier also noch 1500 Stahl Minimum dazu. Kupfer reicht auch nicht. Gold reicht, Kupfer und Stahl müssen wir noch nachwälzen. Dann machen wir noch etwas Stahl. Wir sind bei 510, gehen wir runter auf 480. Und die Dumm, die Dumm. Ich bekomme mal kurz den Ofen. Wir sehen uns gleich wieder. Das müsste reichen. Wir brauchen den Elektroprinter. Der ist auf der 2. Das passt. Hochofen, das passt auch. Ich muss zuvor schauen müssen. Wir haben gerade mal 3% Akku. Wir brauchen die ganze Kohle. Und jetzt müssen wir noch schmelzen. Das wird hier schon mal witzig. Der Ofen wird hier befüllt. Und jetzt ist ein Drittel vom Eisen drin. Warten wir mal kurz ab, bis der Ofen gehüllt ist. Die letzten zwei Stacks kommen schon mal an. Wir schmeissen schon mal den Ofen an, dass der schon mal etwas aufheizen kann. Wir sind hier unten auf 600 Kelvin. Und das Mischungsverhältnis stimmt. 3 zu 1. Da brauchen wir noch etwas Temperatur. Temperatur steigt. Den Druck können wir aktuell nicht weiter runter regeln. Weil wir hier nur mit einem Druckregulator arbeiten. Und dieses Rohr ist fix mit dem Tank unten im Filterraum verbunden. Und solange wir da nicht noch das Rohr manuell in den Tank abpumpen, können wir hier mit dem Druck aktuell nicht weiter runter gehen. Das könnte zu Problemen führen, wenn wir etwas schmelzen müssen, dass ein niedriger Druck braucht. Für Stahl reicht das noch. Ich würde gerne mehr Heizkörper einschalten. Wieso sind die hier beschädigt? So, ja, das war ja noch um massiven, als wir dann Überdruckadventil noch da oben hatten, um massiven Druckausgleich, hat es hier alles rundherum beschädigt. Das müsste man noch irgendwann mal reparieren. Wie sieht es denn mit dem Strom aus? Wie sieht es denn mit dem Strom aus? Es sieht mager aus, prozentual gesehen, 8%, 7%. Die Generatoren laufen im Moment gerade nicht. Da hoffen wir mal, dass der Strom reicht. Temperatur sind wir erst bei 700 Kelvin. Wir könnten schon mal ein paar Kabel verlegen in der Zwischenzeit. Wenn es mal die Kabel, die wir hier haben, und hier könnten wir das mal wieder reparieren, dass das hier auch wieder luftdicht wird. Und ob es dann wirklich luftdicht ist, müssen wir dann mal während einem Sturm testen. Das hier könnte aber auch zu einem Problem führen. Hier muss ich noch abschließen. Weil sonst haben wir hier ein Druckproblem. Habe ich noch Wände dabei? Nein, ich habe keine Wände dabei. Lasst mich nicht vergessen, dass ich noch Wände mitnehmen muss. Die brauche ich da. Gut, Kabel verlegen wollten wir. Und zwar müssen wir dafür nochmal ins Gebäude rein. Wir brauchen da noch farbige Kabel. Wir haben hier oben gelb für die Solaranlagen. Wir nehmen also die Solaranlagen bis hierher. Nehmen wir mit denen aus der Basis zusammen auf ein Netz. Und den Rest trennen wir auf ein eigenes Netz, sodass wir von zwei Solarnetzen gleichzeitig Strom ziehen können. Dann brauchen wir also gelbe Kabel und wir brauchen noch eine neue Farbe. Und wir brauchen definitiv mehr Kabel. Es braucht jetzt Kabel ohne Ende. Ich meine, ich hätte hier schon ein paar Kabel ausgedruckt. Die werden nie und nie mehr reichen. Wir drucken noch einmal 100 Kabel. Können wir gerade nicht, wenn wir noch Solaranlagen drucken. Okay. Wir brauchen gelbe Farbe. Haben wir nicht da. Wir könnten die anderen Kabel in grün nehmen. Jetzt machen wir mal kurz so einbärben. Und wir nehmen noch mehr Kabel mit. Was wir hier haben, nehmen wir schon mal mit. Schau kurz, ist die Temperatur schon im annehmbaren Bereich? Jetzt sind wir noch rot. Da fehlen noch ein paar Kelvin Grad. Da oben einfach viel zu viel Druck hat. Man muss da viel zu viel Gase aufheizen. So, nochmal kurz bei den Scheiben schauen, wie wir die Solaranlagen ausgerichtet hatten. Wir haben die alle in diese Richtung ausgerichtet mit den Kabeln. Und die Kabel kommen direkt auf die Mitte von den Feldgrenzen. Also immer genau hier hin. Gut, dann bauen wir uns da mal ein paar Kabel hin. Dann können wir hier die äusserste Reihe nicht nehmen. Es sei denn, wir drehen die. Mit dem Code von iChat ist das ja kein Problem. Wir müssen die dann nur separat umbenennen. Könnten wir eigentlich auch Kabel sparen, indem wir immer zwei Anschlüsse gegenüber nehmen. Batteriestand kritisch. Wir wechseln das kurz. Genau. Wir nehmen immer zwei Solaranlagen gegenüber. Müsst ihr einfach separat alle noch umbenennen. Das wird dann mit umbenennen etwas mühsam. Dann sind die hier nämlich schon angeschlossen. Dann können wir aber jede Menge Kabel sparen. So. Hier auf der Kreuzung kommen dann die Solaranlagen hingesnappt. Bam. Das war zu viel. Wir haben keine Kabel mehr. Müssen wir hier zuerst mal neu nachfärben. So. Und auch hier noch. Das ziehen wir hier durch. Dann nehmen wir diese Reihe hier noch. Und den Rest machen wir dann mit dem gelben Kabel auf ein zweites Netz. Und den Rest machen wir dann mit dem gelben Kabel auf ein zweites Netz. So. Dann müssen wir die noch irgendwie zusammenhängen. Das wird jetzt eine mühseligere Arbeit. Sisyphusarbeit. Wir schauen noch mal kurz wie es mit dem Stahl aussieht. damit wir jetzt den Schmelzofen schon ausschalten können. Hier leuchtet es grün. Ausschalten das Ding. Wir brauchen Strom. Gut. Das ist ausgeworfen. Dann brauchen wir jetzt noch etwas Kupfer haben wir gesagt. Kupfer müssen wir noch nachschmelzen. Das wollte eigentlich hier pausieren in der Schleuse. Habe ich jetzt vergessen. Haha. Gut. Ist das hier auch wirklich angekommen? 2200 Kibber Stahl. Das müsste reichen. Kupfer brauchen wir nicht gar so viel. Aber wir nehmen auch mal wieder 10 Stacks. Nehmen wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie sieht es denn allgemein mit den Rohstoffen aus? Lithium hat sich wieder etwas erholt. Das war mal zwischenzeitlich unten auf 7 Stacks. Das gefällt mir, dass sich das wieder etwas erholt hat. Wollen wir etwas Beut wischen? Keine Ahnung was das für ein Händler ist. Und wir rufen den mal. Vielleicht können wir noch etwas verkaufen. So. Ist hier schon alles drin. Hier ist noch ein Auffüllen. 200 Stacks Billen da noch. Wir schauen uns kurz den Händler an. Das ist nichts wirklich was wir brauchen können. Braucht etwas was wir haben. Und was sich rentiert zu verkaufen. Auch nicht würdig. Ihr könnt mir 22 Euro. Aber ich habe beinahe 10.000. Wenn wir hier die Kreditkarte anschauen. 8.500 Euro habe ich mittlerweile gekauft oder verarbeitet. So. Wir legen noch ein paar Kabel. Wir sind aber auch gleich am Ende der Folge. Wir legen noch ein paar Kabel bis wir das Kupfer schmelzen können. Oder auswerfen besser gesagt. So. Hier kann ich mit dem Kabel nicht durch. Hier ist überall blockiert. Wegen der Luft. Tür hier. Dann müssen wir hier durch das Fundament mit der Stromverbindung. Und das muss ich jetzt aufreißen. Sonst kann ich da das Kabel nicht verlegen. So. Hier schließen wir die Kabel zusammen. Und dann schweissen wir das noch einmal zu hier. So. Gut zu wissen, dass ich da nicht durch kann. Mit den Rohren. Das Problem habe ich hier überall gehabt. Hier musste ich auch die Kabel verlegen, weil ich hier die Tore nicht platzieren kann. Aber die Rohre. Wo haben wir denn die Rohre? Da oben sind noch irgendwo Rohre. Die Rohre waren nicht im Weg. Hier diese Leitung. Die geht hier hinten durch. Da oben geht sie durch. Da durch. Mitten durch das Tor. Finde ich. Skurrilrohre sind keine Hindernisse für die Tore. Kabel schon. Kann man nicht ändern. Wie geht's zum Kupfer? Können wir das schon ausschmeißen? Ja. Da haben wir sogar eins zu wenig ausgeworfen. Das spielt keine Rolle. 450 müssten vorerst einmal reichen. Und. Ja. Wir hätten die Zeit beinahe erreicht. Ich baue hier die Kabel, die wir schon mal die X-Stücke oder die Kreuzung gelegt haben. Die verbinde ich noch kurz alle miteinander. Und. Ich denke. Hier die gelben Kabel lege ich auch schon mal. Offscreen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dran geht. Die Solaranlagen zu platzieren. Und mal schauen. Wie ihr das irgendwie vielleicht in einem Sturm testen könnt. Aber. So viel Glück haben wir nicht. Da müsste ich einen Timer mal organisieren. Und. Schauen. Wie sich das hier mit Schließe verhält. Gut. Dann danke ich. Dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Geiron.